So, grüß euch Leidl! Hi! Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Together New Super Mario Bros. Wii! Dem verbesserten Format. Oh, das ist immer so hell, das ist so grauen. Ja, das kann ich nur ändern. Warte mal kurz. Und damit hoffen wir, dass wir die Qualität des LPs gesteigert haben. Das sagt der, der die Qualität des LPs genau in dem Moment zerstört hat. In einem Pelz, die Eier unter dem Mario 99 leben hat, überhaupt nicht gewusst. Oder kein Cap auf. Keine Cap. Oder keine Mario-Mütze auf. So, wir machen das Ghost House und das andere Level zu 100%. Und schauen wir mal, ob wir danach noch Zeit finden für Toad. Na warte mal, den gibt es ja im 2-Spiel-Menü nicht. So, und wir müssen jeder dir nachschauen. Es gibt zwar nicht jeder einen Star-O-Coin, aber es gibt genug. Es gibt drei. Da gibt es eine, das weiß ich. Und mit dem kannst du übrigens die Fische trinken. Mit der schwimmst du übrigens oben und das ist ein Hommage an Super Mario World. Mit dem ist viel angenehmer Schwimmer. Sollten es mal in einem echten Level machen. Oder in einem V-Hack. Denn wir aber nicht mehr zucken können. Leider gut. Schau, die Gang, du E.D. Danke. Ich wollte nicht, dass du stirbst. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte nur, dass du leidest. Und nicht, dass du gleich stirbst. Es ist so grausig. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Mein alter Freund. Ei. Es ist immer noch grausig. Ich rette den Pilz. Und du rettest die Feuer. Rache. Ich lasse dir eine Feuerblume über. Und du mögst mich dafür köpfen. Mir reicht es gleich so arg, dass ich dich dafür köpfen werde. Es geht aber nicht. Weißt du noch, als ich dir eine blöde Sau geschlagen habe? Geschlagen habe? Ja. Obwohl das nie passiert ist. Entschuldigung, ein Blausaug habe ich da mal geschlagen. Was? Was? Aber nicht. Bär sicher. Jetzt hast du mich aber so beleidigt, dass du die töten würden. Wie willst du das denn machen? Keiner kann mit töten. Und. Ich bring deine Schuhe um. In dem ist es zu sehr abnutzt. Es sind nämlich nur Leder Schuhe. Und das ist scheiße. Das, was jetzt kommt. Das ist übrigens der Sessel und nicht die... Ich nenne das feierlich Hell Elevator. Elevator to Hell. Und weil ich den Luayas jetzt töten muss, schneide ich das Ganze mal. Luayas ist gerettet. Und in der Luayas bringt mich gern um. Schuhe gehts weiter. Ja. Wo mich der Luayas gern umbringt. Aber. Ich kann sie auch gar nicht. Und das bringt... Ist der... Elevator... Hell Elevator. Oder Hellevator. Aber das ist jetzt normaler Watt. Sertig. Und das ist so. Das ist so. Und damit... Hätten wir das Gasthaus geschafft fürs Erste. Und der Luayas, schaut bitte nach, wieviel Minuten das wir gerade haben. 4,47. Wir haben 4,47 Minuten. 4,47 Minuten. Nee, 4 Minuten und 56 Sekunden. War die Zeit schon grad langsam. Da spielst du ja jede Menge Sekunden. Ich spiele mit meiner Fernbedienung. Vorsicht. Luayas fingert sich einem mit einer Fernbedienung. Genau. Ja, weil du mitgespielt bist. Und dazu hab ich ähm... Schaut's mir da das... Starhaus. Da hab ich 3... Stunden... Braucht, bis ich nur g'level gemacht hab. Dass ich da endlich mal hin käme. Aha. Glaubst mal, Leute. Da war ich ganz schön angepisst. Ich nicht. Ja, weil du das nicht gemacht hast. Da gibt's übrigens keine Power. Ich hab noch einen Zehntel eingefüllt. Schütteln blast übrigens viel wer weg. Oh nein! Ja, ich bin da. Ja, du bist da. Ja. Ja. Dein Gamepad hat kaum... Ach gut. Ist uns aber egal. Ist sogar... Wow, Alter. Was ist denn los? Die ist vor 10 Minuten aufgeregt. Ähm... Aufscreen haben wir Leben und Pilze gefarmt. Ich würd mir ein bisschen mehr ins Milch rechnen. Ist das so? Aufscreen haben wir Leben und Pilze gefarmt. Magst du mir eine Münze mehr einführen? Was? Nein. Ah, du willst eine Münze mehr einführen. Geht leider nicht. Deine Furtis... Ahaha. Darf ich dir auch noch mehr werfen? Nö. Ich stirb nämlich. Ich nicht. Hör doch. Du 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 du. Baaah! Du 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 du. Baaah! Au! I-Tim! Wir haben einen ganz schönen Pilzverschleiß. Aber das ist gut. Mhm. Das ist gut. Ah! Nicht der Pilz. Baaah! Uns einführen! Ja! Das ist so gut, wenn du dich aus drei wieder auskacken müssen. So gut ist die gewesen. Warte mal. Nee. Nee, warte. Ja, toll. Ja, toll. Yeah, fliege! Ja, Mann, toll aber. Für was? Und für deinen Part habe ich sogar noch ein spontanes Ziel. Und zwar wollen wir darüber reden, wie viel Warte für das Wichsen können wir? Wichsen? Wichsen. Wichsen. Was ich mit zur Arbeit ist. Wichsen. 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 Ja, wir müssen die ja namentlich hineinerkennen. Masturbieren. Ja, das ist ja... Eigentlich hätte es das ja nicht. Eigentlich hätte es das ja nicht da sein, aber... Ja. Ja. Ja, masturbieren. Ich zue nicht dazu, weil masturbieren ja das Wort ist. Ach so. Ähm. Das funktioniert super. Ähm. Den Pau... Und da, schau mal. Kriegst du. Ich muss nämlich den Pau-Bild behalten. Oh ja, sowas kenn ich denn. Einmal gegen die fünf. Halt einmal gegen die fünf Finger. Ja. Das ist mal... So runterholen. Zuerst ist mal wichsen. Ah. Ähm. Masturbieren ist ja das eigentliche Wort. Ähm. Oh. StarCoin verpasst. StarCoin aufstehen oder aufstehen. Ja. Ich hab deinen Helikopter-Block und du nicht. Ich hab deinen Helikopter-Block und du nicht. Ich hab deinen Helikopter-Heirat. Oh, du Spiders. Na. Baa. 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 Jedenfalls auch. Was kennt man denn? Ich kenn zwei Synonyme fürs weibliche Masturbieren. Ich hab nicht. Ah. Ein Pau-Block holen wahrscheinlich. Okay. Ähm. Wart mal. Das ist schon viel. Hat man doppelte Pau? Na. Was ist das? Ich hab jetzt versucht, dass ich die StarCoin zu brauch. Einmal so. Fürs weibliche Masturbieren kann ich am Fingern und die Hölle putzen. Hey, was tust du? Ich putz gerade die Hölle von meiner Freundin. Ich putz gerade die Hölle von meiner Freundin und was tust du? Oh, yeah. Aber in wie vielen Minuten stehen wir denn? 9,55, 56, 57, 58, 59, 10. Und damit wärs mal mit dem Part. Wärs mal mit dem Part Guckisch. Und damit jetzt sagen wir ganz nett Bye. Bye. Ist auch Bye. Weil das ist schon mal hier. k